Und es gibt Rot. Muss der da so reingehen, Buschi? Nein, natürlich nicht. Völlig unnötig war das. Und dann ist er auch selbst schuld, wenn der Schiri ihn runterschickt. Da gibt der Unparteistück gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Der überpasst! Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis. Er zieht ab! Das könnte die Chance werden! Jetzt gibt's! Und jetzt der Schuss! Da haben sie die Führung! Das könnte gefährlich werden! Schussversuch! Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen! Klasse gespielt! Guter Steilpass! Er zieht ab! Da ist der Treffer! Sie liegen vorne! Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an! Genau richtig so! Das wäre eine völlig... Jetzt schießt er!